Ich bin selten von jemandem Fan, aber ich bin ein Fan von Peter Hane, dieser ehemalige Tagesschau-Mann, alles möglich gemacht, weil der hat das Herz auf der Zunge, ein sehr schlauer Kopf, der einfach sagt, wir haben es heute in der Politik, in der Spitzenpolitik, eine toppe Session mit Leuten zu tun, das sind Minderleister und das ist eigentlich, wie soll ich mich ausdrücken, bildungsarme Bürger, also bildungsschwache Bürger werden dann Finanzminister oder Außenministerium. Das ist aber ganz gefährlich und ganz traurig. Und wenn du aber siehst, dass das jetzt gängig ist, dann kommt noch Ricarda Lang dazu, wo ist die Expertise? Sexuell unentschlossen, was ist die Expertise? Und dann stellt diese Regierung auch noch 12.000 Fachleute ein, was machen die eigentlich selbst noch? Und du weißt das alles gar nicht. Und das ist ja so. Dann musst du irgendwann, wenn du eben siehst, die Leute sind irgendwie, ich verstehe, glaube ich, Demokratie gar nicht mehr, was da los ist. Und jeder denkt, ach, irgendjemand wird sich drum kümmern, es kümmert sich aber gar keiner drum, weil jemand mal kurz im Halbsatz Russland den Krieg erklärt, kann ja mal passieren. Oder soll sich um 360 Grad drehen, Herr Putin, wo du denkst, da wird ja jeder satiriker arbeitslos. Jetzt sitzen die Leute aber in einer Nation, die die viertstärkste Industrienation der Welt ist. Also noch, das wird sich ja jetzt alles ändern. Und da sage ich, du weißt aber schon, wenn du an so vielen Stellen pfeifen hast, und zwar an allen Schaltstellen nur noch pfeifen hast, hat das Konsequenzen. Dass es in der Politik an Stellen pfeifen gibt, hat es immer gegeben. Aber der Grad prozentual an Irren, die dort an Schaltstellen stellen, das kann nicht auf Dauer gut gehen. Und wenn du mit Informationen nicht mehr weiterkommst, wenn du es nicht mehr schaffst zu empören, dann bleibst du nur noch eins, dann bleibst du nur noch hohen und spott. Weil das ist das, was ich sage, hör zu, wem gehört denn eigentlich dieses Land? Wir leben doch hier. Unsere Kinder leben doch hier. Wir haben doch unsere Steuern hier bezahlt. Ich habe doch das Recht auf eine gewisse Leistung. Wenn ich Krankenkassenbeiträge bezahlen muss und ich muss dann in einen Krankenhaus wegen einem Motorradunfall und da sitzt jemand dran, der hat gar keine Ahnung, aber der würde es unglaublich gerne machen. Da würde ich sagen, was soll denn das? Naja, wenn sie mich jetzt nicht operieren lassen, ist es fast schon diskriminiert. Ich würde mich mal gerne ausprobieren. Ich wäre mit Herzblut. Sie sind gar nicht ausgebildet. Hier sind nur noch so Leute. Ich bin schon seit drei Wochen da, die anderen erst seit einer Woche. Da würde ich sagen, hier stimmt doch was nicht. Das ist ein Joke, wo es die versteckte Kamera. Das ist das, was wir heute haben.